Es wird Zeit für ein Upgrade der Bärenschulenausrüstung. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Basisausrüstung für Stufe 17 auf Stufe 22 upgradet. Dieses Vorhaben ist von Witcher 3 in zwei Quests bzw. zwei Schatzsuchen unterteilt. Die nennen sich Schemas zur Verbesserung der Bärenschulenausrüstung Teil 1 und Teil 2. Ich werde in diesem Video zunächst Teil 1 abarbeiten und dann zu Teil 2 übergehen. Theoretisch überschneiden sich die Orte ein wenig, es wäre also für euch im Endeffekt sinnvoller, wenn ihr das ein bisschen mischt. Wie üblich braucht ihr die Quests dazu bzw. die Karten der Schatzsuche nicht. Ihr könnt das alles in diesem Video sehen und dann entsprechend einfach die Orte abklappern. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr die Karten natürlich kaufen. Die Karte zu Teil 1 nennt sich Ibrahim Savis erste Karte und die bekommt ihr von dem Rüstungsschmied in Ochsenfurt. Angeblich ist diese Schatzsuche für Stufe 16, ich kann aber ganz klar sagen, sie ist nicht für diese Stufen ausgelegt. Was aber nicht so tragisch ist, denn die Ausrüstung, die rauskommt, ist ja eh für Stufe 22 und ihr werdet wahrscheinlich dann 21 oder 22 sein. Das erste Teil wäre das verbesserte Bären-Silberschwert. Das findet ihr in dieser Burg, die sich im Nordosten von Art Skellig befindet. Ach ja, die gesamten Quests spielen übrigens auf den Skellige-Inseln bzw. hauptsächlich auf Art Skellig und deren Umgebung. Naja, jedenfalls gibt es im Nordosten von Art Skellig so eine Burgruine, die liegt so ein bisschen zwischen Justinas Grotte und dem Waldfriedhof-Wegpunkt. Das Ganze wird von verschiedenen Gegnertypen bewacht. Ihr müsst bereits vor der Burg einen Haufen Harpyn, die Stufe 13 sind, abwehren, die könnt ihr ja ganz normal mit der Armbrust abknallen und dann am Boden abstechen. Und anschließend ist über diese gesamte Burgruine eine Gruppe von Algulen verteilt. Das ist nicht nur im Eingangsbereich, sondern das zieht sich komplett durch den Gang, bis ihr unten in der Höhle seid. Ach ja, ich möchte mich hier für das Video ein wenig entschuldigen. In diesem ersten Schritt seht ihr tatsächlich relativ wenig. In den späteren habe ich natürlich einen Katzetrank eingeworfen, damit die Aufnahme ein bisschen heller wird. Wenn ihr diese ganzen Algule bezwungen habt und bis unten in diese Kammer der Höhle vorgedrungen seid, dann könnt ihr da in der hinteren Ecke eine Truhe finden, in der das Schema Verbessertes Bärensilberschwert liegt. Das zweite Schema wären wohl die verbesserten Bärenstiefel. Diese findet ihr in einer Höhle mit Trollen, welche sich nördlich von Kermure befindet, also dem Standort von Lugust im Irren. Kermure ist ein bisschen näher an der Höhle dran als Arrenbjorn, was ja ganz im Westen von Art Skellig liegt. Ihr solltet also den Wegpunkt nehmen, wenn ihr den habt. In der Höhle müsst ihr ein Trio von Fels-Trollen bezwingen. Die sind bedauerlicherweise feindlich, mit denen könnt ihr nicht vorher reden. Das sind Jesse, Joseph und Schwindler und wenn ihr die bezwungen habt, findet ihr im hinteren Teil so eine Konstruktion aus verschiedenen Schiffswracks und Geröll und davor liegt eine Truhe, in der ihr das Schema findet. Das dritte und letzte Teil der ersten Quest ist die verbesserte Bärenrüstung und die ist stufenmäßig jetzt mal wieder ein ganz großes Problem. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Höhle leer ist, wenn ihr die Quest nicht startet, aber hier spielt eine Quest, die nennt sich die traurige Geschichte der Großbartbrüder. Und wenn ihr die startet, dann ist die Höhle halt mit Stufe 25 Feinden gefüllt. Was bei einer Stufe 16 Quest halt ein bisschen blöd ist. Wie auch immer müsst ihr zu dieser Grotte, die sich im Südosten von Artskelig befindet, hinter diesem riesigen Berg. Es macht keinen Sinn, über den Berg drüber zu klettern. Ihr müsstet da entweder mit dem Schiff hinfahren oder ihr kauft euch bei irgendeinem Händler diesen einsamen Weltführer Artskelig. Dann bekommt ihr automatisch den Wegpunkt für die Grotte und braucht von da aus nur in die Höhle reingehen, die Brüder töten und die Truhe plündern. Einen Händler mit allen Karten, also allen einsamen Weltführern, findet ihr übrigens, wenn ihr aus Kertrolde nach Süden rausreitet, irgendwo am Wegesrand. Wie auch immer, in der Höhle gibt es halt diese drei Großbartbrüder, bei denen euch dann der Kopfgeldjäger Djenge Fret unterstützen würde, falls ihr die Quests angenommen habt. Ja, und sobald die tot sind, könnt ihr die Truhe bei denen plündern und damit das Schema Verbesserte Bärenrüstung an euch nehmen. Die Schatzkarte, die Teil 2 startet, also Ibrahim Savis 2. Karte, könnt ihr bei dem Rüstungsschmied auf Kertrolde kaufen. Also dafür müsst ihr zumindest mal diesen Leichenschmaus hinter euch gebracht haben, damit ihr da hin könnt. Und ja, dann könntet ihr diese Karte halt erwerben und dadurch die Quest starten. Das erste Teil aus dieser Questreihe wären die Verbesserten Bärenhandschuhe und diese sind witzigerweise ganz in der Nähe eines Fundortes des Basissets. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ihr da oben im Norden von Arskelec zum Fort Ethnir musstet und auf halbem Wege zwischen diesem Fort und dem Wegpunkt davor, also diesem Dorf Rockne, ist so eine Unterführung, Brücke und dort findet ihr das Schema für die Verbesserten Bärenhandschuhe. Ihr müsst rechts von dieser Unterführung oder Brückenruine oder was auch immer den Berg hochklettern, dann könnt ihr über diese Brücke rüberspringen und an der anderen Seite auf den Turm hochklettern, worin ihr wiederum die Truhe mit dem Schema findet. Für die letzten beiden Schemas müsst ihr mit dem Schiff zu verschiedenen Inseln fahren. Ich würde empfehlen, ein Schiff von Arskelec, also diesem kleinen Dorf im Westen zu nehmen, oder von diesem Leuchtturm von Eltberg, der auf dem nordöstlichen Zipfel von Arskelec ist. Denn das Schema für das verbesserte Bärenstahlschwert befindet sich auf dieser Gefängnisinsel, die direkt östlich von diesem Leuchtturm ist. Das heißt, von da aus müsst ihr einfach rüberfahren, dann könnt ihr an dieser Insel anlegen, ob nun im Süden, wo das Schema ist, oder ganz im Norden, ist euch überlassen. Müsst in diese Festung rein, wo echt viele Piraten drin sind, euch dort durchkloppen. Und wenn die alle tot sind, könnt ihr nach dem Schema suchen. Falls ihr im Norden von dieser Gefängnisinsel anlegt, dann habt ihr da einen Steg und bekommt außerdem einen Wegpunkt, um später nochmal hier hinzukommen, beziehungsweise wieder von der Insel wegzukommen, müsst ihr aber nicht zwingend machen. Vom Eingang dieser Burg aus solltet ihr euch rechts halten, dort die Treppe hochgehen, da steht am Kopf meistens so ein Armbruchsschütz und wenn ihr den geschüttet habt, wendet ihr euch nach links. Dort solltet ihr dann bereits die Truhe mit dem Schema für das verbesserte Bärenstahlschwert sehen. Das dritte und letzte Schema für diese Bärenhose ist wirklich auf der vereinsamsten Insel überhaupt. Das ist irgend so ein schneebedeckter kleiner Zipfel oberhalb von Undvik, also da, wo ihr hin müsstet, um Chalma zu retten, also den Sohn von Krach an Kret. Am südlichen Zipfel dieser Insel ist so ein Symbol der Bärenschule an die Wand gekritzelt. Ihr könnt das jetzt wie ich machen, dass ihr einmal über den Berg steigt und auf der anderen Seite eine telekinetische Welle auf diese Stalagniten wirkt und dadurch in die Höhle reingeht oder ihr geht ganz einfach links neben dem Symbol in die Höhle rein bzw. schwimmt in diese Grotte rein und schnappt euch dann auf dem Wege die Truhe. Damit habt ihr alle sechs Schemas für die zweite Stufe der Bärenausrüstung zusammen. Ihr könnt euch die jetzt bei einem beliebigen Meisterschmied zusammensetzen lassen und ich möchte euch abschließend mal wieder bitten, dieses Video zu bewerten. Falls es euch gefallen hat, klickt bitte den Like-Button an, damit es auch noch zwei, drei Leute mehr erreichen wird.